Er hat schon wieder flanken müssen. Er hat schon wieder flanken müssen. Juni scheißen. Entlehr mal seine Därme vorher. Ja, geht das schon gut. Erlwiss. 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 Ja eben. Erlwiss. 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 Auch wenn ich zu ihr sage, sie muss in die Kiste gehen. Dann geht er in seine eigene Kiste. Also er hat das schon überrisse, wie das geht. Kiste heißt, das ist Ruhe-Pause. Oder etwas angestellt. Dann sagt er auch Kiste. Das ist ein Zubietraum. Erlwiss. 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 Heimels. Wer ist der Nummer 2. Erlwiss. 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 Vielen Dank.